Das ist kein Raspberry Pi, auch wenn das Teil vielleicht genauso aussieht. Nein, das ist vom BigTreeTag und nennt sich Pi V1.2 und ist ja auch ein Ein-Platinen-Computer, der aber speziell dafür entwickelt worden ist, dass man damit 3D-Drucker befeuern kann. Genauer gesagt ist das dafür gedacht, dass man darauf Clipper installiert, Octobrint geht auch. Und was man damit alles machen kann und was nicht, was das kostet und wo man das herbekommt, das schauen wir uns in diesem Video an. Und damit herzlich willkommen, ich bin die Maggie von Makorama.de und ja, ich bin echt aufgeregt und freue mich wie Bolle, dass es sowas mittlerweile gibt, denn das lässt natürlich einiges an Druck aus der Szene raus, der sich mittlerweile aufgebaut hat, dass man kaum noch irgendwo Raspberry Pis bekommt und wenn man welche bekommt, sind die Teile schweineteuer. Also, was ist denn der Pi 1.2? Ich lasse den hier mal im Gehäuse drin, weil den habe ich nur schwer da oben reinbekommen. Das ist noch so ein bisschen, naja, so ein bisschen frickelig, dieses Gehäuse, aber ich finde es erstmal ganz gut. Ich habe hier nochmal einen zweiten, den ich mir bestellt hatte, den hatte ich auf AliExpress bestellt und anhand dessen möchte ich euch erklären, was überhaupt alles dabei ist, wie das Ganze funktioniert und das schauen wir uns jetzt mal im Detail an. Also, erstmal kommen tut das Ganze in so einer schönen Box, da ist natürlich BigTreeTag-typisch. Na, die quietscht jetzt nicht, aber eine kleine Quietschehente dabei, wie ihr sehen könnt. Ein kleiner BigTreeTag-Sticker, eine Danke-Karte, eine WLAN-Antenne, da hatten wir im Livestream drüber gesprochen und wir haben gerätigt, was das denn ist und einer hat gemeint, das könnte eine Antenne sein. Ja, du hast recht gehabt. Und dann haben wir noch einmal einen Kühlgerippe hier, so einen Kühlkörper und ein U-Art-Kabel an sich und nochmal den Pi an sich selbst. Das ist schon mal ziemlich cool, vor allen Dingen, wenn man sich das so anschaut, dann weiß man schon, okay, das Teil hat den gleichen Formfaktor wie ein Raspberry Pi 4. Beim Vierer und Dreier sind hier natürlich entsprechende Netzwerke und USB-Ports vertauscht, aber wir gehen jetzt erstmal Stück für Stück drauf ein, was denn hier in dem Teil alles drin ist. Entschuldigt mir bitte, aber ich muss es hier ein bisschen ablesen, ich habe es mir eben versucht einzuprägen, aber ich klicke es irgendwie nicht ganz auf die Reihe heute. Erstmal ist dann ein 64-Bit-Prozessor drauf, ein ARM Cortex A53, das heißt also vom Äquivalent her auch mit einem Gigabyte RAM DDR3L ist das Ganze von der Leistung her ungefähr auf einem Raspberry Pi 3B+. Also reicht es vollkommen aus, um da drauf Clipper oder Octoprint zu installieren. Für andere Anwendungen, da gehe ich gleich nochmal drauf ein, ist es ein bisschen zu knapp, würde ich mal behaupten, aber wir gehen erstmal auf die einzelnen Details an. Zum einen haben wir dann hier oben einen dedizierten Lüfteranschluss, was ich ziemlich genial finde, weil man braucht dann dadurch nicht mehr hier diese, wo sind sie hier, die 5 Volt und Ground Pins entsprechend zu benutzen. Zum anderen hat man hier einen dedizierten U2C-Anschluss, also USB zu kann man. Dann hat man hier zwei Displayanschlüsse, einmal hier über Mini-HDMI oder Micro-HDMI und hier einmal über den seriellen Displayport. Man hat hier einen USB-C-Anschluss, wo man das Ganze entweder über U-Art dann auch nochmal an einen Pico oder einen sonstigen Mainboard-Controller anschließen kann. Man hat hier einen Audio-Jack, wo ich mich frage, warum ich jetzt an so einem Teil unbedingt einen Audio-Jack brauche, also einen Kopfhöreranschluss oder einen Audio-Anschluss brauche, aber sei es drum, okay. Und dann kommt was, was ich ziemlich genial finde, nämlich hier, man hat hier die Möglichkeit direkt vom Netzteil aus, also beim Voron denke ich zum Beispiel daran, man hat ein 5-Volt-Netzteil drin oder man hat ein 24-Volt-Netzteil mit einem 5-Volt-Konverter und kann hier direkt reingehen und hat dann quasi dadurch auch den USB-C-Anschluss frei. Das heißt, man muss nicht hier vorne über die Ports gehen, sondern kann hier über die USB-C-Anschlüsse gehen und man hat hier mehr Freiheiten entsprechend. Das heißt, für diese Anwendung, wo man normalerweise den Lüfter und den Strom und alles drum und drin anklemmt, wie ich es jetzt auch beim Voron Zero gemacht habe, weil ich dort einen normalen Pi verbaut habe, vielleicht verbaue ich da dann demnächst diesen Pi hier. Da kann man jetzt sagen, okay, für den Lüfter gehe ich hier auf den sedizierten Anschluss und hier unten gehe ich hin und sage, okay, ich schließe da entsprechend 5-Volt-Netzteil an. Dann habe ich quasi hier die GPIO-Pins komplett frei zu meiner Verfügung, dass ich da irgendwelche anderen Sachen drauf machen kann. Das ist schon mal ziemlich genial, muss ich sagen. Der Formfaktor ist, wie gesagt, fast gleich, fast, nicht ganz. Zum einen der Netzwerkstecker ist gedreht, das heißt also beim Raspberry Pi 4 ist quasi diese kleine Nut hier unten, ist dann nach unten und wir haben einen leicht versetzten SD-Karten-Slot, das heißt also beim Raspberry Pi ist der genau in der Mitte. Das bedeutet auch, dass die Cases, die man normalerweise für den Raspberry Pi nutzt, so nicht funktionieren aus dem Haus raus, das heißt, es müsste einer sein, wo der SD-Karten-Slot dann relativ breit ausgeschnitten ist, damit beide quasi reinpassen. Hier zum Beispiel habe ich hier hinten einen Anschluss oder eine Öffnung drin, die speziell für diesen BigTreeTechPi V1.2 gemacht ist. Das ist also echt super. Hier hinten habe ich auch nochmal den Stromausgang, hier habe ich nochmal den Infrarotausgang. Stimmt, das habe ich eben vergessen. Der hat nochmal einen Infrarotempfänger, was ich auch ziemlich cool finde. Und ansonsten ist das schon mal ziemlich cool. Das Gehäuse packe ich euch unten, einen Link in die Videobeschreibung, druckt sich echt wunderbar. Ich habe es auch hier mal wieder, wenn man letztes Video gesehen hat, im Elego PLA gedruckt. Ja, ich weiß, normalerweise sollte man das nicht tun, aber ich habe mir gedacht, okay, für den Neptune 3 Max, wo ich das einfach nur nebendran stelle oder, ja, da reicht es vollkommen aus. Vielleicht druck ich es nochmal im ABS nach, aber es hat sich wirklich, wirklich gut drucken lassen. Auch auf dem Mini, wo ich dann noch so ein bisschen Ghosting habe, aber es sieht wirklich wunderbar aus. Genau. Die Wi-Fi Antenne, wo wir schon mal gerade ein paar hier haben, lässt sich irgendwo hier unten auf der Unterseite. Da ist ein kleiner Anschluss. Ich spende euch gleich nochmal ein bisschen B-Row ein. Da könnt ihr einfach klack das Ganze draufklemmen und dann habt ihr quasi die Antenne, die ihr hier irgendwo ankleben könnt mit dem 3M-Klebeband hier. Und dann habt ihr damit auch wunderbaren Empfang. Ich persönlich würde es nicht machen, weil ich meine Drucker niemals ins WLAN geben würde, weil mir das WLAN an sich, ja, ich weiß, es kommen wieder die WLAN-Cracks und die WLAN-Fanboys, die sagen, ja, WLAN ist sicher, ja, aber ich mag es halt nicht, weil ich kann halt nicht kontrollieren, wie es rein und raus geht. Wenn ich jetzt ein geschlossenes Netzwerk habe oder ein Netzwerk, was wirklich nur hier oben existiert, was keine Verbindung nach außen hat, kann ich dort zu 100% kontrollieren, was denn dort rein und raus geht. Und deswegen baue ich es lieber so auf, ist mir lieber als sowas halt entsprechend zu verwenden. Dann habe ich mir passend zum Big Tree Tech Pie, ihr seht schon hier eine kleine Box, da habe ich mir nochmal einen Pico bestellt, weil ich einfach sage, okay, da werde ich den zweiten Voron Zero bestimmt mit ausstatten. Und wer jetzt sagt, ja, du kannst ja doch auch einen SKR Skipper und sowas reinpacken. Ja, stimmt. Ich packe mal gerade das Pico hier mit aus. Ich finde das echt gut bis jetzt. Also ich habe es schon in dem einen Voron Zero drin und vom Platzfaktor her ist das schon echt genial. Ich halte die zweimal hier so hoch. Es sind also quasi zwei Raspberry Pis und zur Not könnte man die auch mit ein paar Adaptern, mit ein paar Distanzblöcken quasi auch übereinander stacken. Das wäre natürlich auch kein Problem. Dann hat man so ein kompaktes Konstrukt hier. Ich glaube, das könnte sogar relativ gut noch hinten beim Voron Zero unter die Haube passen. Ich weiß es nicht ganz genau. Ich muss mal probieren. Und dann habe ich natürlich im Vergleich dazu das Skipper. Allein schon mal, wenn ich das Pico hinhalte und dann sage, okay, ich bin hier ungefähr auch für dieses Treibers, da habe ich noch mal deutlich mehr Platz, den ich brauche für das Skipper als für ein Pico und ein Pi zusammen. Das ist natürlich auch schon mal ein Wort, was man da entsprechend dann berücksichtigen muss. Das ist nicht ganz einfach. Jetzt kommen wir mal zu dem Thema, was für Dinge ich denn auf dem BigTreeTag Pi ausführen kann und was denn nicht. Und da muss ich sagen, ich habe natürlich erst mal das so installiert, wie es in der Anleitung gestanden hat. Das heißt also, ich bin in das GitHub-Repository, den Link dazu packe ich euch unten in die Videobeschreibung, auch die Links zur Anleitung und allem drum und dran und habe dort erst mal das Image runtergeladen, habe es wie BigTreeTag das beschreibt, über den Raspberry Pi Imager installiert, auf die SD-Karte, habe die SD-Karte rein, habe Netzwerk angeschlossen, habe Strom angeschlossen und es lief. Das habt ihr im Livestream mitbekommen, das lief relativ instant. Das war also genauso, wie es beschrieben worden ist. Das war wirklich super einfach und ich glaube, damit kann man wirklich oder aber auch Octoprint installieren. Das heißt also, ich konnte parallel zu Clipper nochmal Octoprint installieren. Für alle, die sagen, ich mag dabei jetzt nicht unbedingt jetzt hier, ich habe einen Pruiser da stehen oder ich habe, was weiß ich, keinen Clipper-fähigen Drucker da stehen oder ich möchte keinen Clipper haben, ist mir zu heikel. Ihr könnt darauf auch über den Clipper-Install und Update-Helper natürlich über Umwege dann entsprechend euch eine Octoprint-Instanz natürlich installieren und das finde ich ziemlich genial, weil ihr dann sagen könnt, okay, ich kann auf Clipper verzichten und kann auf meinem altgewohnten Octoprint-Setup bleiben, was ich auch gut finde, was ich auch gut heiße. Ich weiß, es gibt einige Fanboys da draußen, die sagen immer, ach, gib mir weg mit Octoprint und das mag ich alles nicht und sowas in Richtung. Aber ich denke mir, beides hat wohl seine Berechtigung, in dieser Welt zu existieren. Ich mag beides und nutze auch beides ganz gerne und ich denke mal, auch ohne Octoprint hätten wir kein Octo Everywhere, wo wir mittlerweile auch Clipper-Drucker einbinden können. Ihr habt das Video bestimmt gesehen, wenn nicht, packe ich es euch hier oben in die Videobeschreibung und das ist schon ziemlich komfortabel, dass man seine Octoprint- und Clipper-Drucker von überall aus der Welt, auch über das Handy entsprechend steuern kann und da kann ich nur sagen, das ist echt genial. Soviel zu dem Thema. Dann habe ich gedacht, okay, ich reize das Ganze ein bisschen aus, habe die SD-Karte rausgerissen, zur Seite gelegt und mir eine neue geschnappt und habe mal versucht, andere Dinge drauf zu installieren. Zum Beispiel mal eine Nextcloud, die ich da hinten momentan stehen habe, die ich wieder am Einrichten bin, weil ich irgendwas kaputt gemacht habe. Aber ich muss euch sagen, das funktioniert nicht so ganz. Und ich habe mir dann mal beide SD-Karten angeguckt, sowohl die über das BigTreeTag-Image installierte SD-Karte, als auch die, die vom Raspberry Pi-Imager für Nextcloud oder für alle anderen Images entsprechend hergestellt wird. und da sieht man schon, ich blende es euch mal ein, schon einen recht großen Unterschied von der Dateistruktur her, von dem, was auf der SD-Karte wirklich drauf ist. Das heißt also, BigTreeTag hat da jetzt nicht unbedingt einen 1 zu 1-Klon von einem Raspberry Pi nachgebaut, sondern die haben was nachgebaut, wo sie sagen, okay, wir brauchen auch ein Custom-Image dafür, dass das Ganze läuft. Wie genau das ist, weiß ich nicht ganz genau. Ich habe mich jetzt noch nicht so tief in der Materie damit beschäftigt, dass ich sagen kann, okay, das hat damit zu tun. Von der Hardware her, von dem ARM Cortex-A53-Prozessor mit dem 1-Gigabyte-RAM müsste es eigentlich rein theoretisch funktionieren, auch wenn das vielleicht für Nextcloud nicht unbedingt so eine optimale Umgebung ist oder für, was weiß ich, eine Umbrella Wallet oder sowas in der Richtung, ja, aber es müsste rein theoretisch funktionieren von der Hardware. Warum das jetzt nicht ganz funktioniert, weiß ich nicht genau, damit habe ich mich jetzt noch nicht auseinandergesetzt, werde ich aber gerne nochmal in der nächsten Zeit tun und euch dann nochmal irgendwann mal Feedback dazu geben. Genau, also Custom Images, die über den Raspberry Pi Images zur Verfügung gestellt werden, gibt es momentan noch nicht. Das heißt, man kann die noch nicht installieren. Falls ihr Informationen dazu habt, packt sie gerne unten in die Videobeschreibung. Was aber geht, ist natürlich dann zu sagen, okay, ich schmeiße über den Clipper Installe und Update-Tapper, falls ich BigTree-Tech nicht traue, einfach mal das Clipper runter und spiele es nochmal komplett neu ein, damit ich eine komplett cleane Installation habe und genauso könnt ihr das natürlich auch mit Mainzell, Fluid und Octoprint machen, dass ihr das installiert und natürlich auch die ganzen Plugins. und ich muss sagen, wenn das Ganze läuft und ihr eine Konfiguration dafür habt, ist es im Prinzip wie mit jedem anderen Pi auch. Es funktioniert wunderbar und dieser Pi hier kommt bei mir an den Neptune 3 Max alias Odysseus. Den habe ich nämlich schon entsprechend eingerichtet und die Printerkonflikt draufgepackt und alles andere soweit vorbereitet. Das Einzige, was wir noch machen müssen, ist das Teil anzuschließen, die Browser auf den Drucker zu packen und dann nochmal zu leveln und zu konfigurieren. Und in diesem Sinne hat euch das Video hoffentlich gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Und wenn ihr den Kanal unterstützen wollt, würde ich mich tierisch freuen, wenn ihr mal einen Blick in die Videobeschreibung werft. Da findet ihr einen Link zu Patreon und zu Ko-Fi. Dort könnt ihr den Kanal unterstützen und an der Stelle möchte ich mich auch nochmal herzlich bedanken bei meinen Patreonen und in diesem Sinne Hordelsohlein, Happy Printing und Ciao! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.